Ja, macht er das Herz-Utraschern, sagt er so, oh, 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 Herr Rilsmann, da sieht's mit der Pumpleistung nicht gut aus. Freunde, was geht ab? Ihr fragt euch vielleicht, wo zum Fick wir gerade sind. Aber erstmal herzlich willkommen zum Edeltalk zusammen mit Dominik und Kevin. Heute zu einer Special-Folge. Ja, wir sind fast an einem neuen Intro vorbeigeschraubt, denn dann hätte es geheißen, willkommen zum Edeltalk mit Kevin. Ja, das ist true. Das habe ich auch als ersten Gag geschrieben. Und zwar Dominik hat mir, wann hast du so geschrieben, vorgestern oder so? Ja. Vorgestern kam eine Nachricht rein, yo, Bro, sitzt gerade beim Arzt, werde jetzt abgeholt vom RTW. Okay, chillig. Da sitzt du dann an so einem chilligen Montag oder so und denkst dir so, was zum Fick geht jetzt ab? Kann man mal empfangen als Message, oder? Genau, dann habe ich erstmal geschrieben, ist alles gut. Und als ich gemerkt habe, okay, ist alles gut, habe ich Gags gekickt. Dann habe ich geschrieben, herzlich willkommen zum Edeltalk mit Kevin. Das Ding war, ich fand deine Einschätzung der Lage ein bisschen schwierig. Was? Ein bisschen, sage ich mal, unsauber, hast du es eingeschätzt. Bei dem Zeitpunkt war wirklich nicht alles gut. Nein? Zu dem Zeitpunkt lag ich da und dachte wirklich, fuck, derga, vielleicht kriege ich Hobbs jetzt hier. Ah, dann war ja mein Gag extrem nice geplaced. Also ich fand es trotzdem funny, weil ich so ein makaberer Typ bin. Aber, ja, Freunde, keine Ahnung, ich bin in einem verfickten Krankenhaus hier. Du musst erstmal, wir müssen erstmal damit anfangen, was ist passiert. Ich glaube, wir machen einfach die Story, weil das macht alles keinen Sinn. Leute, Charme in den Hufen wollen es wissen, oder? Bevor wir anfangen, in die Story reinzugleiten, Freunde, für die YouTube-Zuschauer, wir haben heute nur eine Cam, damit es hier nicht zu suspicious aussieht, wenn der Arzt reinkommt. Es kann wirklich sein, dass jetzt gleich Leute hier reinkommen und es wird super unangenehm. Ja, es wird super unangenehm, aber da müssen wir jetzt alle durch. Bro, wie bist du, was ist passiert? Okay, schau, also all began, als ich hier in Köln einen Hausarzt gesucht habe. Ich habe halt gesagt, ich brauche mal wieder irgendwie einen Hausarzt so für halt Sachen. Ist ja klar. Einfach so, also du hattest nicht irgendwelche Beschwerden oder so? Nee, allgemein nicht. Okay. Also ich hatte dann zufälligerweise, als ich den Termin schon ausgemacht hatte, hatte ich so ein bisschen so, das war genau nach dem Japantag halt, wo wir ja waren. Ja, aber Digga, da haben wir auch no joke so 400 Leute getoucht und ein Foto gemacht. Ja, ja. Das war so ein Gamescom-Moment, wo man danach 100%ig krank werden musste. Ja, es war irgendwie sogar noch stressiger als Gamescom fand ich, aber ich habe es ja auch nie aus der anderen Perspektive erlebt. Auf jeden Fall hatte ich in der Nacht so ein bisschen so komisch, so Atembeschwerden. Du, Digga, in dem Krankenhaus eine Flasche in den Mund nehmen ist schon mutig auch. Du hast dich wieder ausgestattet. Kannst du bitte für die Audio-Zuschauer beschreiben, was ich gerade gemacht habe, sonst kriegen wir wieder Kommentare. Hey, bitte, bitte, könnt ihr das auch für die Audio-Zuscheher erklären? Ich schaue euch wirklich schon lange, aber seht ihr mir aufgehört, das zu erklären, ist wirklich nicht mehr cool. Junge, dann guck doch einfach auf YouTube und gib doch einen Daumen nach oben. Da ist ein Abo da. Kevin hat gerade mit seinen Zähnen, mit seinem Mund die Flasche aufgeschraubt und das finde ich hygienisch bedenklich. Ja, genau. So, what happened? Also, ich habe einfach einen Arzt gesucht, hatte da ein bisschen Atem in der Nacht, das war aber zufällig. Eigentlich ging es mir gut. Und dann bist du nächsten Tag zum Arzt abgepullt? Genau, Dienstag bin ich zum Arzt. Montag habe ich schon so gemerkt. Romatra hat mir vor allem geschrieben, ey Bro, ich bin übel krank geworden nach dem Japan-Tag. So ultra krank. Miguel, der auch mit uns war, hat mir auch geschrieben, yo Bro, ich kann vielleicht am Sonntag, weil wir waren, nee, er hat mir Sonntagabend geschrieben, ey, ich kann morgen am Montag vielleicht nicht mehr zum Dreh kommen, weil wir nach Hamburg gefahren sind. Kann ich ja auch gleich nochmal ein bisschen erzählen. Und also alle waren krank, außer ich habe es irgendwie geditscht oder so. Du hast es irgendwie geditscht oder so. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht ein Zufall war, ob da wirklich irgendwas war, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mich ja auch jetzt nicht so knorkel gefühlt nach dieser Nacht, wo ich nicht so, wo so die Bronchien so ein bisschen komisch waren. Und dann dachte ich, okay, dann mache ich Montag mal ein Chilligen. Ich hätte eigentlich Videodreh gehabt, habe ich aber dann gesagt, bleib lieber zu Hause, bevor ich dich anstecke, weil ich dachte, ich habe, ich kriege jetzt gleich irgendeine Grippe oder so eine Scheiße, ja. Und habe gesagt, ich ruhe mich jetzt mal aus, so macht ja alles keinen Sinn. Dienstag war dann der Arzttermin, aber sich ging es mir gut. Ich habe gechillt, war okay, ja. Dann war Dienstag der Arzttermin, ich komme an in die Praxis und dann beginnen so ein bisschen die Ereignisse, die jetzt zu den heutigen Tagen führen. Ich finde es so wild, dass du einfach so random zum Arzt bist und dann alles damit geändert hat, dass wir jetzt in einem Krankenhaus sitzen. Schau mal, also das Ding ist wahrscheinlich so, unterbewusst hat der Mensch ja schon irgendwie, weißt du, vielleicht ahnt man schon unterbewusst immer so ein bisschen. Und das halt bei mir, beim Thema Blutdruck, der schon auch immer mal wieder ein bisschen höher war, wusste ich auch von Hausarzt noch aus Stuttgart. Da war ab und zu mal was gewesen. Da war auch mal eine Zeit lang ein bisschen Medikamente und sowas gewesen. Und aber nie so jetzt so auf Ernst behandelt oder so besprochen worden mit mir. Auf jeden Fall durch den Umzug und durch alles habe ich das Thema einfach ein bisschen aus den Augen verloren. Habe mich jetzt halt nicht so drum gekümmert und dachte, gut, dann gehe ich mal wieder. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, ah, ihr Blutdruck ist etwas erhöht, hätte ich gesagt, gut, ja, plausibel, müssen wahrscheinlich wieder Tabletten geben oder irgendwie sowas. Ja, ist voll oft auch bei Übergewicht und so ist es eigentlich immer, dass du Blutdruck-Thematiken hast. Ich komme also dort an, die messen den Blutdruck, der Blutdruck war astronomisch hoch. Wirklich? Astronomisch hoch. Wie war die Reaktion vom Arzt? Die Schwester hat es erst gemacht. Also hast du so gesehen, dass auf einmal es mega gestresst wurde da? Nein, nicht jetzt so, weil die sind alle ruhig geblieben. Also erst mal hat so eine Arzthelferin das gemessen, bevor ich zum Arzt überhaupt bin. Hat die Gewicht, Blutdruck etc. Und dann hat, die hat nichts gesagt, aber die hat, also ich habe schon so. Über was war sie mehr schockiert? Gewicht oder Blutdruck? Über den Blutdruck, auf jeden Fall. Ja, der war halt sehr hoch. Also für alle, die sich da, obwohl ich weiß gar nicht, wie weit ich in die Details gehen will, weil unter dem YouTube-Video wird alles sein voller Tipps. Oh mein Gott, da musst du das und das und das machen. Du musst Selleriebrot essen jetzt. Sellerie und wenig Salz. Okay, wenig Salz actually. Naja, ich sage einfach, er war einfach sehr hoch. Und dann bin ich zum Arzt, habe mit ihm gelabert. Er sagt, okay, also da müssen wir auf jeden Fall was machen. Tabletten und so ist ja kein Thema heutzutage. Blutdruck hat irgendwie jeder drin. Okay, bis hierhin ist noch relativ normal. Ja, es ist schon hoch. Er hat gesagt, es ist schon echt hoch. Also bei hohem Blutdruck bist du halt immer Schlaganfall gefährdet, Herzinfarkt gefährdet. Diese ganzen Geschichten automatisch so. Aber halt machen wir was. Da habe ich gesagt, gut, also machen wir was. Und dann hat er gesagt, gut, also machen wir jetzt Herzultraschall. Routine. Routine. Dass man das halt guckt, ist alles gut da unten in der Pumpe. Klar, macht Sinn, ja. Und dann macht er das. Der wollte dich wahrscheinlich auch ein bisschen milken, weil du Privatpatient bist. Bro, der hat alle, auf der Rechnung wird wieder so stehen. Blutdruck ist hoch, da müssen wir jetzt noch einen Allergie-Test machen. Ja, ja, Blut abgenommen haben die auch. Aber ich habe gesagt, ich will es auch. Weil wenn es mal ein neues Haus ist, hast du gesagt, check gleich mal, auch eine Schilddrüsen. Check mal alles so, ja. Ja, ja, das kann nie schaden. Ist ja smart. Ja, macht er das Herzultraschall und sagt er so, oh, 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 Herr Rilsmann, da sieht es mit der Pumpleistung nicht gut aus. Und ich lege da auf der Liege und denkst du, ich bin eine halbe Stunde wieder zu Hause und pfeife in mein Chili con carne rein, was ich gekocht habe am Vortag, ja. Auf einmal kommt er so mit Pumpleistung. Bro, krank. Ich sag so. Wie hast du dich gefühlt, als er das gesagt hat? Ja, erst mal dachte ich so, okay, ja, what? Und dann hat er gesagt, ja, also. Und dann der zweite Satz von ihm war, das müssen wir stationär abklären lassen. Wow. Direkt. Auch nicht so. Und das war schon so, okay, aber das kann ja auch immer noch so was heißen wie, machen Sie mal einen Termin aus in zwei Wochen mal dahin. Ja, ja, genau. Und dann hat er so gesagt, ja, da hast du stationär abklären lassen. Und dann hat er direkt so losgeredet, so von, ja, gut, das, also, ich könnte ihn da Siegburg, Siegburg haben wir Kontakte hin, das ist beste Cardio hier so ein bisschen weiter weg. Das könnten wir machen, Uniklinik, die streiken aber gerade. Und wenn ich ihn jetzt aber an RTW rufe, dann fahren die sie halt irgendwo ins nächste Krankenhaus. Oh, ich sag so, wie jetzt RTW? Was für RTW jetzt rufen? Dann sagt er, ja, also, wir haben jetzt gerade noch so ein Blutsch- und Schnelltest gemacht. Und sie haben auch noch Power-Aids. Wir haben alles gefunden bei ihnen. Wir haben auch sämtliche Sexualkrankheiten gefunden. Sie sind ein Ninja-Turtle. Naja, auf jeden Fall, im Blut gibt es halt irgendwie so einen Marker. Und wenn der jetzt noch positiv oder hoch gewesen wäre, hätte er gesagt, sofort RTW, auf jeden Fall. Der war bei mir nicht positiv. Und der andere Marker war auch nur leicht erhöht. Und er hatte gesagt, zur Sicherheit trotzdem, einfach, wenn da jetzt auf dem Weg, dass ich selber fahre und da passiert was, wie dumm wär's. So hat er gesagt, mach mal keine Faxen. Aber er hätte dir so oder so gesagt, direkt ins Krankenhaus? Auf jeden Fall. Also egal was, du wärst, wäre RTW nicht gekommen, wärst du mit Auto ins Nächste gefahren? Ich weiß, aber er hätte es nicht zugelassen, nachdem er meine Werte angesagt hat. Sehr vernünftig, ja. Er hat gesagt, wir fahren da hin. Gerade bei so Herzsachen, Digga, weiß man nicht. Ja, er meinte halt so. Und geht auch schneller, ne? Geht auch schneller mit RTW. Die können halt über jede rote Ampel ballern. Das stimmt, das stimmt, auf jeden Fall. Ihr fühlt es wahrscheinlich auch, schreibt es mir in die Kommentare, es gibt immer so Ärzte, die sagen dir einfach, wie es ist. Und es gibt so Ärzte, die merken, wie ernst es ist, aber die versuchen, noch ein bisschen ruhig zu bleiben, dass du nicht komplett ausflipst. Die sagen so, ja, wir fahren mit dem RTW. Und so im Kopf denkt der, oh, der könnte jede Sekunde hier abschmieren mir gerade. Aber ich glaube, gerade jemand, der halt so, also guck mal, du wirst nicht die erste Person sein, die mit einem hohen Blutdruck da reinkommt. Und wenn du dann noch als Arzt so, oh mein Gott, sie sterben gleich so drauf bist, Digga, dann eilt sich ja der Blutdruck von der Person noch mehr. Digga, ja eben. Stimmt, stimmt. Das ist ja genau die richtige Reaktion. Ja, der ist auf jeden Fall ruhig geblieben, meinte RTW, dann hat er gesagt, ich telefoniere ein bisschen rum. Hat er gesagt, Siegburg, Krise, saß mit Kartell am Tisch, geht nicht, ja. Ja, aber dann, soll ich sagen, welches Krankenhaus, nicht schlau, ne. Aber ein anderes Krankenhaus, auch in Köln. Das ist ein sehr teures, weil Dominik ist sehr, sehr reich, müsst ihr wissen. Ja, nee, nachdem die Privatversicherungsbeiträge freuen, da will es mal nicht mehr reich, Alter. Hat er gesagt, in Köln auch genauso gute Kart, wie wir in Siegburg. Aber hier in der Nähe, die können, da können wir hin sofort, da fährt sogar ein RTW sie hin. Hat hier den Chefarzt gekannt, hat ihn angerufen, Digga, auf so Bossmuff. Das ist immer der bosshafteste Moment, Digga. Vor allem, wenn du sagst, ich hab mit Professor Sohn so telefoniert, die machen Bettfreise auf denen. Ich hatte auch mal so einen Moment, da hat er so gesagt, ja, Sie können hier so einen Termin machen bei der Lungenärztin. Aber da kriegt man eigentlich so zwei Monate, kriegt man so keinen Termin. Bei so einer Privatärztin, weißt du? Oh, krass. Und dann so, aber ich ruf mal für sie an. Ja. Okay, Sie können morgen vorbeikommen. Oh, mein Gott. Und du denkst immer so, oh, du kranker hast du. Die hatten da mal was. Du bist so ein Ehre, Mann. Da ist irgendwie Gefallen im Spiel dann. Ja, auf jeden Fall, ich dann so. Und das war der Moment, wo ich dir so geschrieben hab. Ich hab erst mal eine Freundin geschrieben, meinte so, ich muss ins Krankenhaus, glaube ich. Und so, die so, oh, what the fuck? Und ich so, ja, irgendwas mehr. Digga, ich war auch so schockiert. Ich hab mir richtig Sorgen gemacht einfach, als ich das erfahren hab. Ja, ich auch. Ich guess alle erst mal. Ich wusste ja auch nicht, was los ist, ja. Und der Arzt hat ja auch nur begrenzte Mittel da. Er hat auch EKG gemacht. Das sah erst mal gut aus und so. Schon mal gut. Ja, dass jetzt nicht nur Herzrhythmusstörungen oder so ein Quatsch da dabei ist. Und dann kam halt irgendwann der RTW, Bro. Das war auch ein wilder Moment, weil an sich ging's mir ja gut, weißt du? Ich hab mich ja körperlich gut gefühlt. Ich sitz halt auf dieser Liege. Drei Männer kommen rein. Hat's grad geklopft? Nein. Okay. Sorry, die klopfen auch und kommen rein. Ich bin paranoid. Drei Männer kommen rein, so ein bisschen älterer und zwei so richtig Junge. In dem Moment dachte ich so, Digga, was ist, wenn das jetzt Leute sind, die mich kennen? Das ist irgendwie unangenehm hier dann. Ja, aber juckt doch. Ja, aber irgendwie, naja. Es juckt aber irgendwie auch ein bisschen so. Wär's dir unangenehm gewesen, wenn's fünf Zuschauer gewesen wären, die dich gesaved hätten? Dass sie gesaved hätten, wär cool, aber dass sie mich in so einem Moment der Schwäche sehen, dachte ich so, das muss nicht sein. Bro, wir nehmen gerade einen Podcast auf in dem Moment der Schwäche. Nein, jetzt bin ich ja schon drüber hinweg. Ach so. Naja, auf jeden Fall. Ja, ist nicht so auf diesen, aber so. Ja, ich find, bei sowas geht's noch, aber ich denk mir so, also manchmal zum Beispiel, da hab ich dann so, also guck mal, zum Beispiel, ich war bei meinem Nasenarzt letztens, okay, und der hat mir dann halt so, währenddessen er meine Nase nach Popeln und so, nach diesem Loch durchsucht hat und was man da machen kann, hat er mir erzählt, dass er den dick und doof Podcast sehr nice findet und den immer mit seiner Freundin hört. Average dick und doof enjoyer. Das war ein sehr weirder Moment, weißt du? Ja, okay. Ey, dass ich laufe, dann laufe ich. Da sind wir runtergelaufen, in den Krankenwagenstern mit Blaulicht. Du hättest einfach sagen sollen, nein, kann ich nicht, dass du dich so basshaft hier hochtragen. Warte ab. Dann sind wir in den Krankenwagen, ich leg mich auf diese Liege, die machen noch Papierkram, Pipapo, nochmal Blutdruckschiene ran und so. Nochmal das Wordle für den heutigen Tag gemacht. So habe ich noch ein bisschen, einfach zu pay, wie viel verdienen sie und so weiter. Ich habe noch ein kleines Video gedreht. Average ist ja offen Word. Ich hätte hier 10 oder andere Fragen für sie. Und dann sind wir losgefahren, mit Blaulicht und Martin-Zorn. Vom Ding hier rein. Ich dachte ja, die machen so Krankentransport auch so normal. Weißt du, aber die machen richtig mit Alarmstufe Rot, Digga. Ich lege also da drin, so wie jetzt ungefähr, wie sie liegen, so rückwärts. Warte mal, bevor du weitererzählst. Wie liegt man in so einem RTW? Liegt man so mit so diesem Ding hier hoch oder ist das eine flache Liege? Die können es flach machen, die können es auch hoch machen. Okay. Und die haben es halt so hoch gemacht. Ich lag so, quasi da, wo du sitzt, sitzt einer, aber er sitzt in die Fahrtrichtung. Und ich bin ja dagegen. Also man guckt sich so mäßig an. Und zwei sind vorne drin gewesen. Krass, okay. Ich habe es einmal als Kind gemacht und da hatte ich nichts Schlimmes. Aber da habe ich die Leute so gefragt. Also das hat mir meine Mama erzählt. Meine Mama saß irgendwie noch mit drin. Dann halt so ein Arzt und halt einer vorne. Und ich hatte nichts Schlimmes. Das war bei mir mehr so Krankentransport-mäßig, weil ich mir irgendwas gebrochen habe oder so. Keine Ahnung. Und ich habe meine Mama dann gefragt, ob sie die Ärzte fragen kann, ob wir trotzdem das Martinshorn anmachen können. Einfach, weil ich es cool finde. Haben die gemacht? Ja. So Ehrenmänner. Boah. So Ehrenmänner. Ja, auf jeden Fall. Aber es ist schon ein krasses Feeling, oder? Kannst du dich noch erinnern? Nee, es ist echt lang her. Ich glaube, ich war da so vier oder so. Okay, krass. Ja, es ist schon ein wildes Feeling. Auf jeden Fall sind wir dann halt drüber geballert in die Klinik. Dann haben die mich da ausgeladen. Und ich war die ganze... Dann war ich nämlich auf diesem Schiebeding, auf dieser Trage, weißt du? Haben die mich so rumgeschoben. Und das Geile ist, du bist ja so hoch und sitzt halt so und bist ja so angeschnallt. Und du fährst halt da dann so rein. Und der Leute so, moin, moin. Ja, weißt du, du bist da durchgefahren und so. Und dann meint die hier... Aber war es schon so... In meinem Kopf stelle ich mir sowas immer so vor, dass die so Grey's Anatomy-mäßig durch so eine Doppeltür so rein, das Bett so reinschieben. Diese Doppeltür knallt so an die Wände. Und irgendeiner schreit so, wir müssen direkt in den Operationsraum 3, go, go, go. Weißt du, so mäßig. Ich hoffe nicht. Maybe. Wenn was Schlimmes ist ja... Wie so ein CSGO-Squad, wenn die auf das zwei Along pushen, Digga. Bei mir war das eher so, wir sind rein und die mussten erst mal suchen, wer der Ansprechpartner ist. Okay, also war es schon eher chillig? Ja. Okay. Und dann haben die den Ansprechpartner und dann meint, yo, dann fahr die mal rüber. Dann war ich in so einem Sammelraum. Bro, ich muss mal Props geben an jeden Einzelnen, der hier arbeitet. Bis auf einen, egal. Aber jetzt... Gibt es einen Hurensohn? Nein, es gibt einen, der war sehr weird. Aber der kann nichts dafür. Der hatte seine Stärken bestimmt einfach dann im fachlichen Gebiet oder so. Nicht jetzt so im menschlichen. Ja, aber sonst, Digga, alle so cool. Und das hat einem halt auch so krass die Angst genommen. Gerade in dieser ersten notaufnahmemäßigen, also wo du zuerst hinkommst, Digga, diese Pfleger und diese Ärzte da übel cool haben so gelabert. Dann haben wir ein bisschen Jokes gemacht und so. Die haben gesagt, oh Mensch, haben so ein paar Sachen mir gegeben und so. Also war übel chillige Stimmung. Da bin ich schon so ein bisschen runtergekommen, weißt du so. Und dann hieß es halt, yo, Blutdruck ist einigermaßen eingefangen fürs erste Mal. Achso, hast du Medikamente bekommen auf dem Weg? Ja, so Notfallmedikamente in der Praxis noch. Da sprühen dir sowas in den Mund. Und dann geht der schon mal ein bisschen runter. Nitro haben die immer gesagt. Ich weiß nicht, ob es eigentlich Nitro von Nitro Speed ist. I don't know. Könnte ich davon noch ein bisschen was mitnehmen für mein Auto eventuell? Ja, also die haben so Nitro mir reingeballert. Und dann haben die mir im Krankenhaus, die im Krankenwagen haben gesagt, wir machen nichts wegen Nitro und so. Da chillen wir erstmal. Das ist auch wirklich ein bisschen. Und dann im Krankenhaus haben die mir Sachen reingeballert. Und dann ist der so ein bisschen erstmal eingefangen und gesagt, gut. Und dann bin ich hier aufs Zimmer gekommen, wo wir jetzt quasi sind. Vor der Tür raschelt es uns, es wird gleich jemand reinkommen mit Abendessen. Kannst du mir ein bisschen was von deinem Abendbrot mit auch noch essen? Das willst du nicht. Nein, ist das scheiße? Abendbrot schmeckt mir nicht so gut, ja. Sonst essen ist echt okay, aber Abendbrot ist nicht so. Es ist immer so ein trockenes Brot mit so einer Scheibe Schinken. Ja, aber das ist so average Krankenhaus essen. Ich glaube, das muss man so machen. Bro, morgen. Ich glaube, die können dir jetzt nicht, wenn du Bluthochdruck hast, jetzt hier das Goulosch mit Ködel präsentieren. Bro, da vorne steht Menükarte, auch so Privatpatienten war es. Das ist so krass, wie man hier verwöhnt wird. Vorhin kam eine Frau rein und sagt so, hallo, ich wollte fragen, was sie morgen zum Mittagessen wollen. Als wird einmal die gebratenen Scampi oder so. Ja, Hotel einfach. Dann sagst du, ja, dann nehme ich Scampi. Mein Gott, ne? Wenn es so ist, dann ist es so. Hilft dir auch nichts, wenn ich das nicht esse. Komme ich hier auf jeden Fall rein. Erster Abend, erstmal mit meinem Zimmernachbar, der ist jetzt schon weg. Olle Wilhelm. War der alt? Der war, Bruder. Ich dachte so, der ist so 70. Dann sagt er auf einmal, der ist 93. Yo. Bro, ich habe an dem ersten Abend mit dem hier in dem Zimmer gechillt. Und ich wollte nicht so unhöflich halt, weil der ist so dieses Kaliber. An Entertainment kennt der Zeitung lesen und einfach sitzen und gucken. So rumgucken. Weißt du so? Und vielleicht Fernsehen schauen. Aber er hat nicht gecheckt, wie die Fernsehe... Und du wolltest jetzt nicht so auf Frech jetzt hier direkt deinen Laptop raus witten und ein neues Trimax-Video gucken. Ich habe jetzt Kopfhörer, ich höre sie nicht mehr für drei Stunden. Ciao, ciao. Weißt du? Und dann habe ich halt mit dem so ein bisschen gequatscht. Aber der war auch nett. Und der hat, Bruder, der hat noch den Weltkrieg miterlebt und so. Krank. Dann hat er so gesagt, ja, der war und war und Schwab ursprünglich. Wirklich? Ja, ja. Ah, geil. In Konstanz aufgewachsen am Bodensee. Und dann ist er nach Düsseldorf gezogen irgendwann und dann nach Köln. Und dann hat er so erzählt, ja, das war ja so. Und dann habe ich die Fahrradtour gemacht nach Stuttgart. Und dann habe ich gesehen, wie die Flieger gerade Bomben abwerfen über Stuttgart. Und dann hat er sich gedacht, er nimmt doch eine andere Route und so. Es ist verrückt. Ganz, ganz. Ich habe nie so richtig auf dem Schirm. Also guck mal, der Typ war 93. Der lag da vor ein paar Tagen. Ja. Der hat einfach den Weltkrieg noch den zweiten miterlebt. Oh, der war da. Es fühlt sich für mich an, als wäre das so no joke, so genauso weit entfernt wie so die Dinos oder so. Das ist wirklich so tausend Jahre, viertausend Jahre entfernt an. Ja. So vom Feeling her. Aber es ist so nah dran, wie lucky, dass wir nicht zwei Generationen vorher geboren sind, sondern jetzt. Ich meine, wir haben jetzt auch unsere Problems. Aber halt nicht solche. Im Vergleich zu einem, gut, wir haben auch gerade Krieg. Oh, okay. Seit fucking Jim, denke ich mir, wenn wir sowas sagen, kommt gleich nichts zu. Ja, wie könnt ihr sowas sagen in der Ukraine und so? Ihr dummen Huren Sünden, nur weil ihr in Deutschland seid? Ja, aber ich meine. Ihr Techie bist mein. Im Zweiten Weltkrieg waren halt, also mein Opa ist ja auch ungefähr dieses Alter. Noch ein Stück älter sogar. Ich glaube, mein Opa ist 95 oder so. Boah, da. Übelster Hustler. Und der hat auch den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Der war ja sogar in der, wie sagt man das, Pilotenstaffel da. Fliegerstaffel. Ja, Fliegerstaffel. Der hätte beinahe auch zu einem Einsatz gemusst. Aber da hatte er nie Bock drauf. Da gab es diese geile Story. Die Story habe ich schon so oft erzählt, aber die ist immer noch geil. Ja. So, er hatte da nie Bock drauf. Er war da halt nur, weil er halt übelst gerne fliegen wollte. Und das war die einzige Möglichkeit. Ich komme jetzt gleich. Hi, das ist jetzt auch gut. Das ist jetzt komisch. Wir müssen jetzt Lukas einen Podcast aufnehmen hier. Das ist jetzt sehr komisch. Das tut uns sehr leid. Geht das? Geht das mit der Kamera? Ja. Die Arbeit muss weiterlaufen. Hilft ja nichts. Vielen Dank. Dankeschön. Schüttel da noch. Walla, Krise. Walla, Krise. Saß mit Karl Heil am Tisch. Saß mit Karl Dall am Tisch. Oh Mann. Es ist eh schon heiß hier und ich schwitze, aber diese Unangenehmheit hat mir gerade noch mal mehr den Schweiß auf die Stirn getrieben. Ja, also für unser Audio-Zuhörer hier kam gerade Dominik's Armbrot rein. Vor allem das Ding ist, weißt du, was viel schlimmer ist? Die Schwestern hier, die tauschen nicht so richtig. Also sie kenne ich, seitdem ich hier bin und die wird auch noch, also die ist jetzt nicht einmal da und ich sehe die nie wieder. Stehst du, wie ich meine? Ich kenne die schon so pro Tag dreimal. Also ab jetzt ist es jedes Mal dann unangenehm quasi. Es ist jetzt wirklich noch viel weirder. Ja, auf jeden Fall mein Opa. Zurück zu der Story. Wo ist der Notfallknopf? Mein Opa war halt bei der Fliegerstaffel, bla bla, hatte halt eigentlich keinen Bock auf irgendwelche Leute totballern, obvious. Wer hat da auch Bock? Und hat mit seinen Homies ein paar Tage vorher auf Ehrenbruderbasis beim Training ein entspanntes Spiel gespielt. Wer kann weiter auf den Boden fliegen, ohne hochzuziehen? Mein Opa hat wegen den Gehkräften einfach alles, also wie sagt man das? Der hat einen Blackout bekommen. Geburtslos, genau. Konnte nicht mehr hochziehen. Im letzten Moment konnte er noch hochziehen, ist dann aber irgendwie in so eine Hangar reingecrasht oder so und musste dann in den Armeeknast da rein oder Militärsknast für ein paar Wochen und konnte deswegen bei dem Einsatz nicht mehr teilnehmen. Und jetzt kommt der eigentlich nicht lustige Part. Alle Leute, die da mit hingeflogen sind, sind heute nicht mehr am Leben. Ja, das ist krass. Die sind alle gestorben. Ja, so random, Digga. Manchmal hat man durch so random Sachen irgendwie Glück. Und das passt eigentlich perfekt auf meine Situation auch. Wäre ich da nicht zu diesem Arzt random hingegangen. Ja, voll. Und wer das alles nicht passiert, dann weiß er nicht, wie es heute aussah. Ich mach mal kurz so die Story zu Ende, dass ihr euch keine Sorgen machen müsst, ne? Denn ich bin jetzt nicht kurz zum Abkratzen. Bro, das ist so krank gejinxt. Stell dir vor, das ist die erste Folge und dann in der nächsten Folge sitzt ich da so alleine. We have to talk. Also das YouTube-Video. Ey. Ey, wenn es so ist, dann ist es... Nee, also dann am nächsten Tag wurden dann ganze Untersuchungen gekickt. Es wurde erstmal nochmal ein Herz-Ultraschall gemacht. Der da oben da, der meinte auch, ja, okay, er sieht es schon. Eine Kammer vom Herz ein bisschen erweitert. Dadurch die geringere Pumpleistung, pipapo. Hat er gesagt, es ist jetzt aber kein Grund, um in Panik zu verfallen. Weil ich lag halt da auch und... Ich bin halt so ein Erzten, ich will immer wissen, wo bin ich? Was siehst du da gerade und so? Ich hab halt gesagt, sagst du immer jetzt ehrlich, kratz ich bald ab. Und dann hat er gesagt, ja, jetzt, Alter. Es, muss man jetzt mal gucken. Ich finde es wichtig, weil das ist voll wichtig, dass man sich selber, dass man so grob auch selber versteht, was die da machen. Weil wenn du bei einem nächsten Arzt bist, dann kannst du dem schon so Hints geben und so sagen, hey, bei dem hab ich das und das gesehen, vielleicht hilft das ihnen weiter. Also es hat bei mir, ich hab dann irgendwann damit angefangen, Dinge mehr abzuspeichern, mehr zu verstehen, mehr aufzupassen, wirklich bei diesen Arztterminen, das richtig ernst zu nehmen. Ja. Und auch übelst viele Fragen zu stellen und man nimmt da halt übelst viel mit und kann so das Problem halt viel schneller finden. Was man hat. Gerade wenn man so irgendwo so ein weird Shit hat, wo man so von Arzt zu Arzt rennt und irgendwo nie eine richtige Lösung findet, dann hilft das extrem. Also war bei mir jedenfalls so. Wenn man es ein bisschen selber mehr checkt, dann kann man auch zu den richtigen Ärzten im Zweifelsfall selber gehen, weil man checkt, oh, ne. Ja, und halt, und halt, wäre auch eine wichtige Info, wenn er halt sagt, also ich, sie haben halt noch so circa drei bis vier Stunden zu leben. Was hättest du gemacht? Gedankenexperiment? Was hättest du gemacht? Hätte der Typ dir gesagt, in drei Stunden, in genau 180 Minuten, voila, bruder, bila, sterben sie. Ich glaube, ich hätte gesagt, okay, ist erstmal eine wilde Info, Bro. Dann hätte ich, glaube ich, WhatsApp allen Leuten so geschrieben, so, all meinen Freunden und so. Keine Antworten, lass noch auf Read. Das ist, wenn man in die Köln-Gruppe schreibt, will jemand essen gehen. Obwohl, je nachdem, wer schreibt, der mehr oder weniger. Aber bei WhatsApp-Gruppe, ich fand es stark, als du geschrieben hast, du bist im Krankenhaus, hat Niklas als erstes geschrieben, ob er deine Keylights haben kann, wenn du abkratzt. Digga. Ich habe beste Freude, habe ich da. Sehr stark. Ich hätte ja einfach alle zusammen versammelt, hätte gesagt, lass nochmal eine Runde irgendwie was fressen gehen, was saufen gehen, zusammen ein bisschen labern und dann kacke ich halt ab auf den Klo oder so. Ja, Mann. Okay, was wäre denn ein Henkers, sagt man das Henkers-Mahlzeit? Yes. Was wäre die Henkers-Mahlzeit? Boah. Ich glaube, ich würde zu früh gehen oder in so ein Wirtshaus-mäßig, auf Deutsch. Boah, ja. Ich würde nochmal so eine fette Haxe essen. Sowas Dummes. Mit Knödel, Soße. Ich würde echt, ich würde hingehen und sagen, gib einmal alles. Und dann würde ich von allem einfach so ein bisschen essen. Und alles andere ist dann hier. Ja, voll. Nochmal so auf Essensverschwendungsbasis, auf den Letzten. Ja, Bro, auf den Letzten. Den Rest esst ja ihr dann. Geht ja nicht so schön. Ja, okay, fair. Ja, also auf jeden Fall, zum Glück hat er es nicht gesagt. Er meinte, gucken wir mal. Danach kam nochmal EKG. Sagt er auch wieder, ja, es schlägt das Herz, was soll ich sagen. Ja, ist okay. Dann sage ich, okay. Und dann war eigentlich MRT angedacht, aber es hieß, es ist kein Platz mehr. Und dann komme ich hier runter, auf einmal sagt die, ich habe noch Platz für MRT organisiert. Und ich sage, Wallach küsst dein Herz. Keine Ahnung. Meine Freundin sagt die ganze Zeit, ey, das ist so unnormal, wie schnell du bei allem drankommst. Es ist safe, dieses Privatpatienten-Ding. Ich kann es nicht einschätzen, Freunde. Also ich bin halt privat. Ich finde das System auch dumm. Das System ist ultra dumm. Ich kann nichts dran ändern. Ja, gerade in unserer Situation, du hast wahrscheinlich auch, wenn du gesetzlich bezahlen würdest, ich würde jeden Monat 700 Euro mehr bezahlen, wenn ich gesetzlich versichert wäre. Ja. Und klar, das wird dann irgendwann im Alter, wird es teuer und so, aber ich zahle jetzt halt irgendwie 300 Euro und habe diesen übelsten Luxus bei dem Arzt-Ding. Das System ist trotzdem geisteskrank unfair. Da müssen wir nicht drüber reden. Ich würde es abschaffen. Aber es macht für mich, es ist halt sinnvoll, wenn man es hat. Allein halt vom Dings her, dass ich einfach viel weniger zahle, allein schon deshalb nehme ich es. Und würde auch jeder so machen. Ja, würde jeder so machen. Auf der MRT geht doch. Außer Gym. Schau doch. Gym, der ja. MRT, man liegt in dieser verkackten Röhre da, wird gemacht. Und das war so ein bisschen, MRT war sehr wichtig eigentlich. Weil da haben die abgecheckt, ey, ist eine Herzmuskelentzündung? Irgendwelche Narben auf dem Herz, was so, weil du kannst auch einen Herzinfarkt haben, ohne dass du es merkst. Stille Infarkt, sagen die da. Und die können am Herz sehen, ob du es gerade hast oder ob du es schon in der Vergangenheit hattest. Ich gehe da nach rein, da ist jetzt Radiologe, auch wieder so nett, der ja, ich schwöre, alle sehen auch so gut aus in dem Krankenhaus hier. Ich schwöre, der sah eins zu eins aus, wie so, aus so Grey's Anatomy, so richtig wie ein Schauspielerarzt. Würdest du sagen, der sah so aus, wie so jemand, kennst du es, wenn du so beim Friseur bist? Und dann ist das so ein L'Oreal Magazin und da sind nur so Leute drin und du hast noch nie jemanden gesehen, der so aussiehbar. Real Talk, Real Talk. Du blätterst so um, da sind so Frisuren, keiner trägt das so. Oder so stylisch, wenn ich jetzt gerade mal im Nachhinein überlege. Vielleicht ist das hier gar kein Krankenhaus, sondern das ist für so, die drehen hier und das sind alles Schauspieler. Oh, und du bist in so einem Set drin. Aus Versehen, reingeraten. Weißt du, die drehen so, so realistisch einen Film, dass die gar nicht gemerkt haben, dass ich ein echter Patient bin und gar kein Filmpatient quasi. Aber die behandeln einfach alle halt. Bro, ich warte auf den Tag, wo einer von euch mich so krank prankt oder so, dass das hier alles rigged ist. Das kein echtes Krankenhaus hier ist. Und gleich kommt so ein Oberast rein mit so einer fucking Paintball-Gun und schießt mir so in den Sack oder so. Das wird irgendwann passieren. Du weißt, dass im Hintergrund schon bei vielen Leuten so Prankpläne laufen gegen dich, oder? Nein, Bruder, schade. Oh mein Gott, schade. Wie viele Leute planen. Das ist so ein Wurschen. Vielleicht dich auch. Ist das wirklich true? Ich sag nichts dazu. Du Sohn, Alter. Ja, was du kannst, Bruder, kann ich mal zehn noch. Naja, auf jeden Fall, das war alles in Ordnung. So, und dann wurde der krankste Scheiß gemacht. Ich halt's kurz, dass es nicht so eklig wird. Herzkatheter heißt es. Untersuchung. Okay? Das hab ich dir vorher gezeigt. Man sieht jetzt fast nichts mehr. Das ist im Grunde auf dem Handgelenk einfach so ein zwei Millimeter Stich. Sieht aus, wie du siehst. Die haben hier auch ein bisschen was an Dominiks. Also Dominik zeigt mir gerade seinen rechten Unterarm. Ja. Und der ist unten, wie sagt man das, an der Haupt... Auf der Unterseite? Unter der Handfläche quasi. Wo man den Puls fühlt. Genau. Da ist wegrasiert. Da mussten die anscheinend erstmal durch so Gebüsch durch. Da mussten die erstmal mit der Heckenschere ran. Und dann haben, was ist da so, wie so ein Einstich? Oder ist das auch ein bisschen angeschwollen? Ja, genau. Da ist ein Einstich. Und im Grunde, was die machen, ich beschreibe... Weißt du auch nicht, wie es für YouTube und so ist? Nee, beschreib. Also im Grunde, was die machen ist, die gehen... Die stechen da rein, machen quasi einen Zugang in die Arterie. Okay, also die gehen in die Arterie rein. Genauso wie eine Infusion auch das macht. Die gehen da rein und dann ist es quasi wie so ein... Er schiebt da so ein Stab rein. Der hat vorne so eine Öffnung. Das war wirklich sehr unangenehm. Du bist zwar betäubt, aber so dieser Druck, dieses Reinschieben, das hat schon... Also merkst du, wie quasi deine Ader so ein Stab... Dass da was reinkommt. Ja, es ist jetzt nicht so dramatisch, aber es ist schon ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Aber du bist schon betäubt und so an der Hand... Also es geht schon. Und dann, was im Grunde dann das hauptsächliche Ding, warum die das alles machen, ist... Dann führen die da quasi so eine Sonde durch, sagen die. Ich würde sagen, ein Draht. Ich würde sagen, einfach ein verficktes Metalldraht. Okay. Wir schieben jetzt eine Sonde rein. In Wirklichkeit nehmen die nur so eine Büroklammer und biegen die so auf. Und schieben das einfach rein. Die nehmen vom Baumarkt, wo du so Zaun machen kannst, machen die so eine Scheiße. Ja, schieben die halt so ein Ding rein. Im Grunde einmal die komplette Arterien hoch bis ins Herz rein. Bro. Okay, dann chillen die da im Herz so rum und spritzen Kontrastmittel. Dann hast du die ganze Zeit noch so einen Röntgenkopf über dir. Der fährt die ganze Zeit wie so Wall-E-mäßig so... Um deinen Körper oder wo? Ja, die ganze Zeit so um die Brust, verschiedene Angles. Und der Arzt hat einen riesigen Fernseher, locker 75 Zoll oder so. Und guckt einfach so Family Guy. So zu chillen. Der macht es blind auch. Da sieht er halt die ganze Zeit dann, wo er ist mit dem Draht. Und das sieht er halt immer mit so Live-Röntgenbildern quasi. Und wo das Kontrastmittel geht. Und mit diesem... Ich weiß nicht, wie die das machen. Bro, Ärzte sind crazy. Auch Ultraschall. Was sehen die da drauf? Aber anhand dessen, wie das Kontrastmittel so rumfließt, kann er sagen, sind die Herzkranzgefäße gesund oder nicht. Und das war eigentlich der Big-Termin von gestern. Weil wenn die nicht in Ordnung gewesen wären, dann wären wir gleich im Spektrum gewesen von, okay, wir machen einen Termin für Herz-Surgery. Bro, wow. So auf diesen. Das wäre krass scheiße. So auf diesen, ja. Und dann habe ich so... Aber war nicht, I guess? Also er hat das erste angeschaut. Da meinte er, das sieht gut aus. Dann musste er aber den Draht wechseln auf einen dickeren. Ich dachte so, ja, Digga, wallah, tut noch mehr weh. Und das ist ein komisches Gefühl, weil wenn er den so reinfädelt, also durchs Handgelenk, dann so den Arm hoch, dann irgendwie durch die Schulter, dann in den Brustkorb. Man merkt, man hat keine Schmerzen, aber du merkst es. Hast du es bis in den Brustkorb gemerkt? Ich habe es so bis kurz nach der Schulter gemerkt. Also ungefähr bis hier, würde ich sagen, habe ich es gemerkt. Kannst du es beschreiben für die Audio-Zuschauer, welche Stelle du dir im Auge gezeigt hast? Also so kurz nach der Schulter. Also wenn ihr von der Schulter 10, 10 Meter Richtung Brustkorb geht, ungefähr bis dahin, würde ich sagen, habe ich es gemerkt. Und ich kann es jetzt nicht besser beschreiben, das Gefühl, als wie so vibrierend. Als würde da irgendwas so drin hin und her rütteln oder so an die Wände so hin und her vibrieren irgendwie. Ich kann es mir eigentlich ganz gut vorstellen. Also es tut nicht weh, es ist einfach nur ein komisches Gefühl. Denkst du so, oh the fuck, vibrate it here irgendwie. Aber du warst halt auf Drugs. Nein. Die haben gefragt, ob ich will, da habe ich gesagt, nein. Was habt ihr? Die haben gesagt, wir können ihnen schon dieses so kranke Valium und so Zeug geben oder irgendein so ein Shit. Aber ich lag schon da und so und habe gesagt, sag mal ehrlich. Wir hätten dann so eine krasse Szene drehen können, wie diese Leute in Amerika, die so ihre weiße Szene rausbekommen, die so auf diesen übelsten Drugs sind, wo es immer so diese Videos gibt, die so übelst viral gehen. Was hättest du sein können? Aber das hätten die mir nicht gegeben. Nein? Nein, nein. Amerika, da geben die den Leuten so Elefantenbetäubungsmittel. Digga, das ist crazy. Ich weiß nicht, was die nehmen. Ich check das auch nicht, gerade bei Weisheit-Szenen. Bei mir sind die aber rangegangen und haben das rausgenommen. Das war so, es wurde nur so ein bisschen reingespritzt. Lokal Betäubung. Ja, genau. Also keine Ahnung, die hätte mir halt so Valium gegeben. Da habe ich gesagt, ich habe gesagt, ich habe nicht so Panik davor, dass ich so Schiss habe. Ich habe einfach keinen Bock halt auf die Schmerzen. Aber so dann den ganzen Tag so vernebelt zu sein. Ich habe gesagt, scheiß drauf, wir ziehen es durch auf cold, auf clean. Dann hat er das rausgemacht, dann kam da so ein übelst wilder Verband rum, der mit so Luftdruck funktioniert hat. Und dann war die ganze Scheiße erledigt. Er hat gesagt, Bruder, Herzkranzgefäße sehen gut aus. Und dann war ich im Grunde hier dann so ein bisschen schon so, okay, es ist jetzt nicht ganz so schlimm. Und die ursprüngliche Vermutung, dass quasi diese Erweiterung, diese Einherzkammer und der Verlust von der Pumpfähigkeit halt eigentlich durch einfach diesen erhöhten Blutdruck über eine gewisse Zeit kommt. Und wenn man den Blutdruck mit Tabletten jetzt einstellt, dass er normal ist, dass dann es sich auch einfach wieder zurückgeneriert auf 100 Prozent oder vielleicht 90 oder so. Aber auf einen okayen Wert, wo man einfach sagt, ist okay. Und ich bin jetzt gerade ungefähr bei 50 Prozent. Krass. Damit kann ich trotzdem, ich bin gestern auch eine Runde gelaufen, also so spaziert hier. Du kannst schon normal dein Leben machen. Das ist halt einfach nicht gut. Aber was ist jetzt die Folge davon? Musst du jetzt irgendwie, darfst du jetzt drei Monate keinen Sport machen oder? Also ich muss halt erstmal jetzt einfach tablettenmäßig einfach ein bisschen reinhusteln, verschiedene Sachen nehmen. Tabletten sucken fucking dick. Ja, aber ohne die wäre man halt unter der Erde so. Ja, aber ich hasse Tabletten so sehr. Ja, die gehen klar, die sind übel klein. Dass der Blutdruck ist und das wird halt auch mit meinem eigentlichen Arzt, der mich hier rüber geschickt hat, der wird halt dann so mich begleiten die nächsten Monate, weil man muss halt gucken, wie viel gibt man, wie spricht der Körper darauf an, vielleicht ein anderes Mittel. Das ist schon so ein bisschen Heckmack da, das Richtige zu finden. Ja, ich kenne das von meiner Mom, die jetzt so mit der Schilddrüse und das ist so der übelste Dribbel, weil da auch noch so Stuff mit Hormonen drin ist. Stresstiger und da gibt es im Grunde kein Allheilmittel. Da muss man immer auf jede Person zugeschnitten gucken und da ist auch immer Stress, Digger, mit. Also ich glaube, die hat schon sechs, sieben Mal das Ding hin und her gesholt. Ja, ich hoffe, dass es bei mir chillig ist, einigermaßen. Und dann das große Ding, was halt ich selber machen muss, ist halt einfach mehr Sport. Okay, aber du darfst Sport machen. Genau, aber er hat gesagt, also heute war nochmal ein Oberarzt da und er hat gesagt, ja, aber jetzt die nächsten Wochen wirklich langsam machen. Weil so jetzt auf Krampf viel Sport machen, dein Herz ist gerade zur Hälfte am Start, sag ich mal, vom Ding her. Es bringt nichts, wenn du es jetzt Turbo-KO fickst, so. Also mach halt langsam eher so ein bisschen so, also jeden Tag zum Beispiel mal eine Stunde spazieren, wäre so der Vibe, den man gerade anstreben sollte, dass man einfach so allgemein, weißt du, diese Cardio-Sachen. Also nicht so richtig in Sport, sondern mehr so Bewegung. Bewegung und jetzt so irgendwas mit Gewichten und Shit, das kann man dann, er hat das noch kein genaues Datum gesagt, er meinte so vier bis sechs Wochen vielleicht, kann ich dann mal wieder anfangen. Man muss halt auch so ein bisschen sehen, wie sprechen die Medikamente und Shit an. Da natürlich Ernährung einfach muss noch besser werden, also halt wirklich gar kein fucking, das will ich aber auch für mich selber jetzt einfach wirklich versuchen, so gar kein so süße Scheiße mehr, kann ich mal einen Snack hier und da. Wir versuchen so, nicht das Essen tausendmal nachzusalzen, weil Salz ist super schlecht für Blutdruck und fürs Herz und so. Und das würde mir so schwerfallen, ich liebe Salz so sehr. Ja. Salz ist so ein kleines Besatz. Hast du mal deinen Blutdruck gemessen? Bestimmt einen APC haben die doch. Doch, doch, mehrfach die letzten Tage, eigentlich immer bei jedem Arztbesuch, wo ich war. Ja? War ja auch beim Medikamente. Auch so Augenarzt macht der erstmal Blutdruck? Okay, da nicht, aber so, ich war ja zum Beispiel auch beim HNO oder so, da machen die das immer irgendwie so mäßig Routine. Ja, privat. Vielleicht können die doch nochmal einen Fuffi aufs Recken oder so. Ja, guckt mal auf die Abrechnungen. Da steht dann immer für jeden Scheiße, Patient telefonisch beraten, Patient am Ding beraten, Patient gefragt, ob er Hunger hat, 10 Euro. Wirklich, alles kommt daran. Ja, keine Ahnung. Ey. Da wird noch so, der Sauerstoff vom Raum, da wird noch abgerechnet, den du gabst. Ja, das ist wirklich so. Ja, aber die letzten Male war immer super chill. Also, ich glaube, ich habe wirklich so einen super Körper, alles andere. Außer beim Thema Allergie. Allergie, bist du halt am Arsch. Ich sah aus, als hätte ich so einen Dreidicke Blanz geraucht in deinem Fahrstuhl, als ich auf dem Weg war, das Podcast-Set hier zu holen. Wirklich. Ich habe mich da angeguckt und dachte, so Junge, ich sah aus wie ein Hurensohn. Ja, du müsstest halt auch ein bisschen Cetericin oder so nehmen. Habe ich genommen heute früh. Das Problem ist halt, das ist nämlich der Twist. Guck mal, Allergie macht dich müde, wenn es kickt. Jetzt der Twist. Allergie, Cetericin, also das Medikament gegen Allergie, macht dich auch müde. Digga, du bist einfach schachmatt. Du bist gefickt. Bro, du bist einfach müde, ja. Du bist einfach gefickt dann. Ja, ich werde jetzt auch, der meinte auch, ey, so Blutdruckmittel und so, bis das richtig alles der Körper sich quasi eingestellt hat, auf den normalen, weißt du, der war ja meinen Hohen gewöhnt. Er hat gesagt, sie werden auch schon viel müde sein. Habe ich gesagt, penne ich halt ein bisschen mehr. Warte, schreckliches Schicksal. Also abschließend, Leute, macht euch keine Sorgen. Im Grunde wäre ich auch schon entlassen. Ich bin nur noch hier, weil morgen noch ein MRT-Termin ist für Niere und Bums. Ansonsten wäre ich auch schon raus. Mir geht's gut. Ich werde jetzt einfach die Tabletten nehmen, über die nächsten Monate einfach das Herz weg auf Normal-Status ballern. Aber es war schon ein kleiner Schock und vielleicht auch ein kleiner Weckruf, dass man sagt, man überdenkt nochmal sein Leben und vielleicht auch so, wie wichtig ist dir denn jetzt sowas wie, also weißt du, deine Prioritäten. Muss man jetzt wirklich noch nach dem Streamen noch irgendwie eine Stunde an irgendeiner Kacke sich Stress machen, oh fuck, ich brauche nur irgendwie ein Video für nächste Woche oder sagt man, Bruder, weißt du was, ich relaxe jetzt und kläre ich morgen früh. Weil das ist auch alles einfach nicht gesund fürs Herz, nicht gesund für den Lifestyle. Meinst du, okay, es ist eine unangenehme Frage, low key, aber meinst du, es hat damit zu tun, ich meine, würde man sagen, dass du übergewichtig bist? Ja, ja, auf jeden Fall. Und es hat auf jeden Fall damit zu tun. 100 pro. Also Übergewicht und Bluthochdruck ist im Grunde so wie fucking, weiß ich nicht, egal, das ist so Hand in Hand. Okay, shit, okay. Manche dodgen es halt ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger. Ich habe es anscheinend super wenig gedodgt. Ich habe es halt komplett getankt. Ja, jetzt bin ich hier. Boah, das ist harter Abfuck. Ich habe, ich habe nochmal ein paar Kommentare gelesen aus der letzten Woche. Boah, das ist so heiß, oder? Hier ist es super warm, Bro. Warum? Das ist crazy. Hat der Opa die Heizung gemacht? I don't know. Fuck my life. Alter, Alter. Okay, ist jetzt komplett off topic. Wir switchen, wir moveen komplett woanders hin. Komplett. Und zwar ist es einfach nur ein schneller Vorschlag von David oder David. Der Name ist weird. Ich weiß nicht, wie man den Namen David ausspricht, weil man kann ihn David, 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 David. David sagt nicht. Bro, mein Onkel heißt David und wir nennen ihn David. Ich will wirklich nicht die Karte pullen, aber das ist ein Ostdeutschland-Ding. Das ist ein komplettes Ostdeutschland-Ding. David, als wäre dann eh. David. Das ist David. David. Naja, auf jeden Fall hat David geschrieben vor zwölf Minuten. Also inzwischen ist es wahrscheinlich länger her, weil ich habe diesen Screenshot schon vor ein paar Tagen gemacht. Hallo Dominik und Kevin. Da ihr jetzt einen Videopodcast habt und jetzt kommt der Banger-Vorschlag, halte ich fest. Ja, nackt. Könnt ihr doch endlich bitte mal die Kroketten machen. Wir warten jetzt schon über drei Jahre. Wir haben mal vor drei Jahren oder so gesprochen, dass wir zusammen im Podcast Kroketten machen. Ja. Weißt du noch, was das war? Nein. Das war so in unserer, einer der ersten Folgen haben wir gesagt, zur 50. Folge machen wir das. Und bei welchen sind wir jetzt? Ich glaube, das ist die 191 oder so. Perfekt. Aber ich meine, ihr könntet mir actually machen. Wir hatten generell mal gesprochen, da würde ich mal eine Folge machen, der wir irgendwie was kochen oder so. Okay, big take hier. Und ich glaube, daraus ist auch diese Konversation damals entstanden, dass wir es machen. Kroketten sind das Beschissenste, was man aus gottverdammten Kartoffeln machen kann. Ich bin da immer noch so ein bisschen hin und her gerissen. Weil meine Oma hat immer Kroketten so gemacht damals und so. Deswegen, ich habe irgendwie ein Place in meinem Heart für Krokettos. Klingt auch direkt viel cooler, wenn man Krokettos sagt. Aber ich checke schon, dass die wirklich jetzt nicht das Ende der, der Nahrungskette, das Ende der Holy Shitness sind an Kartoffeln. Okay, was ist für dich das Ende der Holy Shitness von Kartoffeln? Ich finde das so unfair, weil ich finde, man müsste das unterteilen in frittierte Sachen und andere Sachen. Ich finde, das ist super simpel. Nein, nein, weil zum Beispiel. Klöße. Kartoffel-Klöße. Genau, Klöße sind für das, was sie sind, eine Number One. Aber eine richtig geile Pommes ist für das, was sie isst, zum Dippen, schön mit einer Jopi-Soße. Pommes, und dafür könnt ihr mich komplett roasten, Pommes ist nicht mal S, nicht mal A-Tier. Pommes ist ein B-Tier-Kartoffelprodukt. Okay, von mir aus Curly Fries, Bro. Von mir aus Gitter-Kartoffel. Oh, Curly Fries A. Ja, Fries ist doch auch Pommes. Ja, aber die sind rund, Digga. Ja, aber weißt du, wie ich meine? Von mir aus. Aber so, du kannst es nicht comparen. Oder ein Kartoffelknödel, ich hätte das auch unter anderem als meine Henkers-Mahlzeit genommen, Kartoffelknödel. Weißt du, ich liebe das, aber ich kann das nicht vergleichen mit einer Pommes, Bruder. Finde ich schon. Ich finde, S-Tier, Kartoffelklöße, Kartoffelbrei. Bro, ich sag so, dieses Thema treibt meinen Blutdruck gerade sehr in die Höhe. Digga. Müssen wir aufpassen. Walla tut mir leid. Aber ich finde den Vorschlag sehr, sehr gut. Wollen wir es zur 200. Folge probieren, Kevin? Ja. Einfach einen Koch-Steam oder so. Einen Koch-Podcast. Einen Koch-Podcast. Da sehe ich uns. Ich habe eine Frage. Hast du eine Frage oder hat ein Zuschauer eine Frage? Nee, ich habe eine Frage. Okay. Und zwar ist mir eine Sache aufgefallen und da rede ich echt oft mit meiner Freundin drüber. Du hast eine Freundin? Ich habe eine Freundin. Okay. Das war gerade völlig komischer Gag. Ja, aber ja, tatsächlich. Ich weiß noch nicht genau wie. Ja. Aber ich habe es geschafft, einen Girlfriend zu polen. Bro, das war mehr meine Verwunderung, ja. Dass ich so dachte, Bro, guck mal, ich lag hier, kann man sagen, im Sterben. Nein, Spaß. Aber ich dachte so kurz, ey, wer weiß, vielleicht wird alles anders werden. Und dann habe ich natürlich auch viel über so meine Freundin nachgedacht. Dann dachte ich so, Digga, Kevin ist schon ein komischer Kauz. Hast du das gedacht, während du hier am Sterben warst? Bro, ich dachte schon, der ist so. Was macht der eigentlich? Das wäre so der erste Gedanke, wenn man so abhebelt. Bro, nee. Aber ich dachte so, Mensch, ey, Kevin ist auf jeden Fall ein cooler Typ so. Aber wie zum Fick hat der das mit seiner Freundin gekriegt? Das Ding ist, meine Freundin hasst es, wenn ich so Insights zu unserer Beziehung gebe. Aber ich mache es einfach. Übe mich nicht. Liebe Grüße. Guck mal, ich sage halt immer so zu ihr, dass ich nicht checke, wie ich sie gepullt habe. Aber das Ding ist, sie sagt das auch zu mir zurück. Sie sagt, sie checkt auch nicht, wie sie mich gepullt hat. Nein, Bro, die macht das so, dass du dich gut fühlst. Ja, maybe. Die lügt. Hola the cab, Alter. Ja, nein, du bist genauso hübsch. Nein, du kannst genauso gut Tennis spielen. Das ist so richtig aus, so fuck you, Goethe. So diese, wie hieß sie? Chantal. Chantal, stimmt, ja. Ja, pass auf. Also, meine Freundin und ich haben oft das Thema. Und sie lacht mich dafür jedes Mal aus. Und ich finde es so krank plausibel. Vielleicht ist es aber auch wieder ein Zeichen, dass ich doch wirklich Autismus habe. Okay? Hear me out. Stell dir vor, du bist jetzt am Essen und du hast was zu essen und, okay, wie soll ich es beschreiben? Stell dir vor, du hast jetzt, du bist, Bro, es ist schwer. Du bist mit deiner Freundin im Restaurant. Okay, du schenkst dich gerade richtig an. Ja. Ich muss das Szenario perfekt erklären. Stell dir vor, du bist mit deiner Freundin im Restaurant. Restaurant. Du hast, no joke, so ein Zehn aus Zehn essen. Ja. Es ist wirklich perfekt. Und jetzt bist du fertig mit Essen bei deiner Freundin auf dem Teller. Sie ist auch fertig mit Essen, ist aber noch ein bisschen was drauf. Ja. Und du hast aber auch noch so ein kleines bisschen Hunger. Aber nicht viel, aber du könntest noch ein bisschen was verdrücken und denkst dir so, ja, Mann, das kann ich noch essen. Aber jetzt kommt der Twist, das Essen von deiner Freundin, weißt du schon, obwohl du es noch nicht probiert hast, das ist so eine, ja, roundabout neun aus zehn, acht aus zehn. Ist ja immer noch eine sehr hohe Zahl. Aber auf jeden Fall schlechter als deins. Ja. Würdest du es dann essen oder nicht? Weil, damit ich erkläre, woher ich komme, bei mir ist es so, mir ist es so krass wichtig, mit welchem Essen ich aufhöre zu essen. Oh, schau mal. Du bist wirklich ein krasser Autist. Also ich kann es nicht, wenn ich jetzt diesen perfekten Gulaschknödel-Geschmack im Mund habe, ich kann nicht hingehen und den dann runen, indem ich dann irgendwas anderes esse. Okay, das Ding ist, wenn du es so formulierst, check ich es. Aber ich könnte, glaube ich, einfach so sagen, boah, den Geschmack habe ich jetzt enjoyed, ich schließe es für mich ab und jetzt kommt ein neuer Geschmack. Einfach, weißt du so? Nee, nee, nee. Es ist für mich wirklich so wichtig, mit welchem Essen ich aufhöre. Wenn ein Essen wirklich eine 10 aus 10 war, dann möchte ich auch kein Dessert haben. Das ist ganz shit. Weil ich möchte dann rausgehen aus diesem Restaurant und diesen Geschmack noch in meinem Mund behalten. Vielleicht bist du jemand, der sehr lange Geschmäcke im Mund behält, weil ich habe das Gefühl, ich behalte nicht so lange Geschmack im Mund, vielleicht ist es mir deswegen nicht so wichtig. Also, was ich machen würde, ich würde auf jeden Fall das fressen noch, was auf dem anderen Teller liegt. Ich wurde allerdings auch vor zwei Tagen eingeliefert mit hohem Blutdruck. Ja, also vielleicht sollst du ja mit einem Grain of Salt hier nehmen, die ganze Geschichte, was ich sage. Nein, real talk, ich würde es essen, bro. Also, wenn es ein 8 oder ein 9 aus 10 ist, safe. Aber würdest du nicht, okay, das ist ein schlechtes Beispiel. Was denkt deine Freundin eigentlich? Das würde ich vor kurz wissen. Ist die jetzt eher auf meiner oder auf deiner Seite? Ja, komplett auf deiner Seite. Der ist so scheißegal, die klauen mich dafür immer. Die sagen, wir haben Nudeln sind es halt, ne? Wie schmeckt es? Okay, folgendes Szenario, anderes Beispiel. Stell dir vor, du hast drei Essen auf dem Tisch und du findest alle drei geil, aber du weißt, dieses eine findest du am geilsten. Isst du es in der Mitte als erstes oder als letztes? Wow, jetzt hast du mich. Weil ich würde 100%ig am Anfang ein bisschen nehmen, dann die anderen essen und dann am Ende nochmal abschließen mit dem geilsten, weil ich dann diesen Geschmack im Mund behalte. Okay, ich würde es auch so machen, aber ich würde es nicht aus diesem Grund machen mit dem Geschmack im Mund, sondern ich würde einfach sagen, ich will das einfach als Abschluss haben. Darauf will ich mich freuen. Das soll quasi die Krönung sein. Kannst du dich daran erinnern, wo wir bei diesem Tapasladen waren und dann haben wir so verschiedene Tapas gegessen in diesem spanischen Tapasladen. Wann waren wir da? Ah, yo, stimmt. Ja. Genau. Hier in Köln. Und da habe ich auch so krass auf die Reihenfolge des Essens geachtet, weil es mir so wichtig war, dass ich das in der richtigen Reihenfolge... Aber Bro, das klingt so, als würde es voll unentspannt sein, so zu essen dann. Ja, aber es ist doch viel unsatisfierender, wenn du am Ende was Igliges gegessen hast oder was Medium-mäßiges. Okay, okay, Real Talk. Ich glaube, ich finde auch mehr Sachen lecker als du. Ja, ich finde auch viel lecker. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so ein kranker, so ein kranker Mäkelarzt bin. Bei diesem Tapas gab es jetzt nichts, was ich essen würde und dachte, boah, das wäre jetzt ein Medium-Abschluss. Ich fand alles geil. Doch, da waren ein paar Sachen, die waren nur so okay geil. Weiß ich nicht, Bro. Ich kann mich da, glaube ich, in alles einfach... Und dann hatten wir zum Beispiel diese geilen Fleischbälle in dieser Tomatensauce. Ja. Diese Jumbo-Alpaka oder so heißen die. Und die sind übelst geil. Und mit denen habe ich gefinisht. Ich habe extra eins geteilt in der Hälfte, alles andere gegessen und dann habe ich den zum Schluss gedippt in der Tomatensauce und gegessen. Und dann habe ich Schluss gemacht. Ich check deinen Approach und ich denke, es werden auch Leute in den Kommentaren fühlen. Ich finde aber, es hört sich zu stressig an. Du solltest das Essen irgendwie mehr einfach genießen. Nein, 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 Bruder. Deinen Kopf ausschalten. Ich genieße es doch. Schalte deinen Kopf doch aus. Nein, das ist so. Ich glaube, es gibt auch Leute, die so, wenn die jetzt zum Beispiel Hand in Hand mit jemandem auf der Straße laufen, ja. Man kennt diese Situation. Kennt, glaube keiner von unseren Zuschauern. Stellt euch vor. Jim kennt's. Jim kennt's natürlich. Jim hat schon 600 Zeichen Kommentar verfasst bis hierhin. Nur Spaß, Bruder. Aber jeder kennt die Situation. Man läuft Hand in Hand mit irgendwem und dann kommt eine Laterne. Und diese Laterne würde gerade diese Verbindung in zwei teilen. Aber der Fußgängerweg ist nicht breit genug, dass man quasi, weil es kommt auch gerade noch jemand entgegen oder so, der Fußgängerweg ist nicht breit genug, dass man das nicht trennen kann. Das heißt, entweder man trennt die Hände und geht links und rechts lang oder man wartet kurz und geht auf der einen Seite lang. Checkst du? Und da gibt es zwei Types of People. Und ich bin, glaube ich, jemand, der da trennt und links und rechts geht. Ich finde es jedes Mal aber so krank unsatisfying. Ich würde auch trennen, weil du kannst auch schneller wieder dich zurückverbinden, als wenn du zusammen auf eine Seite, also wenn du loslässt und du gehst aber auf eine Seite rum und dann wieder so hintereinander. Oder ist es in deinem Szenario, dass man dann festhält, wenn man hintereinander läuft? Dann hält man fest, ja. Ach so. Nee, aber das finde ich auch komisch, weil dann wirkt es so, also entweder man läuft vor, dann wirkt es so, wenn man so sein Kind hinterher ziehen oder man läuft hinterher, also man ist die hintere Person und dann wirkt es so, als würde man so seiner Mama oder seinem Papa so nachlaufen. Trennen und schnell wieder zusammen. Okay, ich habe noch eine Frage aus dem Rucksack. Bin ich ein Autismuskind? Bro, diese Frage kann höchstens rhetorisch an der Natur sein, weil du bist eins. Nein, nein, nein. Habt ihr auch als Kind und teilweise eventuell auch als Erwachsener, ich mache es immer noch, manchmal, wenn da so auf dem Boden sind so viereckige Fliesen, tryt ihr dann auch nicht diese Abschnitte, wo es so zu der nächsten Fliese geht, so zu übertreten? Die Fugen mäßig. Genau. Weil ich glaube, ich mache das ziemlich häufig. Wirklich? Ja. Ich mache das, wenn mir super langweilig ist oder wenn ich einfach so Zeit habe und laufe rum und gucke mir in den Boden und dann denke ich so, oh lol, versuch mal nicht auf die Dinger zu treten, dann mache ich es. Aber wenn ich einfach irgendwo hinlaufe, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier aufs Klo gehen würde und hier wären diese Fliesen, dann will ich das doch nicht machen. Nee, ich mache es auch nicht jedes Mal, aber es passiert schon, es fühlt sich an wie häufiger als normal. Aber wir müssen das im Podcast mit dir, okay, entweder gehen wir mit dir im Podcast zu einem Autismusforscher, wo der so einen Test macht im Podcast, oder wir laden einen ein. Das wäre mehr konnte. Wenn man heißt eine Folge einfach, ist Kevin oder hat Kevin Autismus? Und dann sitzen wir bei links und rechts und in der Mitte so ein Typ in so einem Arztmantel. Das ist einfach da und dann stellt sich so ein paar Fragen und dann, das müssten wir echt schon machen. Das machen wir. Das machen wir. Wir müssen gleich in die Gruppe schreiben. Hi, Broski. Empfehlung der Woche. Abgesehen von Drähte in Adern schieben. Ey, fucking sterbt nicht. Starke Empfehlung. Nee, okay, Real Talk. Ich meine, ich lag hier nur fucking rum. Ich habe so ein krankes Game gezockt. Das heißt Turmoil. Da muss man so nach Öl graben und compete mit so NPCs und muss so smart so shit machen, so rundenbasiert. Das ist wild. Das ist zockig. Bro, ich habe auch angefangen, Handy-Game zu zocken auf der Fahrt nach Hamburg. Was? Und das ist so beschissen. Das heißt Lumber Inc. Das ist so ein Idol-Game, wo man so ein Sägewerk hat und du musst dann immer so upgraden. Das kenne ich. Bro, da hast du links dieses Holzfeld und dann rechts hast du, das habe ich auch mal angezockt. Ach, diese dumme Scheiße. Das Game ist so beschissen. Weil das Ding ist, das Game ist so ein Game, du musst, also entweder wirklich, du musst so zwei Jahre spielen oder du musst so alle drei Sekunden eine dreistikündige Werbung für ein anderes Scheißspiel gucken. Und ich bin zu faul, das so lange zu spielen. Deswegen gucke ich mir die ganze Zeit diese Werbung an. Und jetzt der Punkt, warum es mich so catcht. Es macht schon Spaß, aber es kommt ja normalerweise immer dieser Punkt bei diesen Idol-Games, wo es dann immer länger dauert, dass Dinge passieren. Genau. Es kommt ja irgendwann der Punkt, wo es zu lange dauert, um satisfying zu sein. Und dann casht man rein. Und dann, ja, da gibt es zwei Leute, entweder die löschen es, das bin ich, oder du, die cashen rein. Ich sage nicht, das ist ein bisschen. Oder Trimax. Ja. Das Problem jetzt hier ist aber, ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich, also das ist immer so, du hast am Anfang so ein normales Sägewerk, dann gradest du alles ab. Dann irgendwann hast du genug Cash, sagen wir mal, dann hast du so eine Million Geldpunkte, whatever, wie das auch heißt, Dollar, eine Million Dollar und dann kannst du Sägewerk Nummer zwei kaufen. Das ist dann das erweiterte Sägewerk. Und jetzt kommt der Twist, dann ist wieder alles auf null. Dann ist der Spaß auch wieder da, weil du kannst dann wieder von null das upgraden und es bocht dann sogar richtig, weil du hast, du kriegst dann irgendwie so fünfmal mehr schneller Cash und so und dann kannst du so richtig, so richtig, so 30 Level auf einmal upgraden und so, das ist übelst satisfying. Oh shit. Und jetzt ist das Ding, ich bin schon so weit oben, dass ich jetzt nur noch ein Sägewerk brauche und dann da drüber, man kann so rumscrollen, welche Sägewerke als nächstes kommen. Danach steht dann so nach dem nächsten more Sägewerke coming soon. Oh mein Gott. Dass ich quasi weiß, okay, wenn ich jetzt noch ein oder zwei Sägewerke mache, bin ich done. Dann habe ich das Game gefinished. Ja, das ist krass, bro. Und dann kann ich satisfying löschen. Das ist mein fucking Gedanke, bro. Guck mal, das ist auch schon wieder ein Beweis, dass du autistisch wirst. Das ist doch ein absolut autistischer Gedankenzug. Nein, safe nicht. Das kommt dazu, finishen, dass man es dann löschen kann. Das ist doch so, das ist doch ein Zwangsverhalten, bro. Das ist Realtalk ein Zwangsverhalten. Nein, safe nicht. Du sollst mal wieder einen Termin da machen, glaube ich. Also, Turmoil ist ein Game with my Earlboard, ist auch geil, aber was ich euch eigentlich empfehlen kann ist, weil ich es hier mit Olle Wilhelm gemacht habe an einem Abend, weil ich nicht unhöflich war, aber Realtalk eigentlich ist cool. Fasst mal alte Männer an. Jo, guckt ihm mal nackt nicht ohne den Schlupfer rein. Redet mal mit so eurem Opa, eure Oma so auf ernst, weil ich kenne es auch, als ich noch jünger war. Manchmal, man redet so auf so, ich muss jetzt mit denen reden oder so. Manchmal, man hat nicht so eine Connection, weil man noch zu jung ist oder so, keine Ahnung. Aber setzt euch einfach mal mit denen hin und so, auch wenn die ein bisschen schon vergesslich sind und erzählen eine Geschichte mal zweimal oder so, aber setzt euch mal hin und quatsch ein bisschen mit denen, weil das freut die Übels und ist auch übel interessant für einen selber. Ich glaube, es gibt aber draußen einfach diese übel langweiligen Opas und Omas. Das glaube ich nicht, Bro. Jeder hat irgendwas. Also, ich weiß nicht genau, aber meine Oma war damals, als sie noch gelebt hat, der übelst der kranke Storyteller und mein Opa ist immer noch der übelste Storyteller. Ja, vielleicht können die es ja nicht so gut tellen, aber die haben trotzdem irgendwie Sachen angestellt. Wenn du dann fragst, Opa, was ist das Krasse, was du jemals angestellt hast, kann er trotzdem sagen, wir haben damals einen Bagger geklaut und haben irgendwie einen Hirsch aufgegabelt oder so. Hat er hoffentlich nicht gemacht, aber ihr checkt. Okay, ich habe auch noch eine Empfehlung der Woche. Es ist aber, muss ich zu meiner Verteidigung sagen, eine Empfehlung der Woche, die ich selber noch nicht getestet habe. Wow. Ich möchte diese Information aber teilen und ich verlasse mich da auf meinen Twitch-Chat und zwar habe ich letztens auf Twitter gesehen, du weißt, ich bin großer Fischstäbchen-Enjoyer und Fischstäbchen mit Kartoffelbreit in einer frischen Dillsoße ist einfach nur ein Traum. Fischstäbchen ist doch der ekligste Fisch immer. Lachsstäbchen sind es. Ich verstehe, dass Leute das sagen, aber ich finde Fischstäbchen so unfassbar geil. Okay. Das ist so Endstufe, wirklich, das ist so Esstieressen. Weißt du, das ist so wie so frische Buletten oder so mit so Zwiebeln und Kartoffelbreit. Ja, ich check, dass es lecker schmeckt, aber wenn man sich das Fischstäbchen so anguckt ohne Panade, ist es wirklich eklig. Das ist wirklich so der ekligste Pressfisch. Sieht aus wie so Abfälle, Digga. Ich verstehe, dass da nur so Scheiße drin ist und dass das safe und nicht gut ist für den Fisch, aber es ist auch einer dieser Essen, da könnte man wirklich hingehen und könnte... Für den Fisch ist es bestimmt nicht gut, weil der ist in ein Stäbchen gepresst worden, Bruder. Ich verstehe, dass es bestimmt für den Fisch nicht gut ist. Ja, der ist tot. Der ist ein verficktes paniertes Stäbchen auf deinem Teller. Nein, aber was ich sagen wollte, ich finde, das ist schon so ein Essen, da könnten die auch literally einfach fucking Menschenscheiße reinmachen, wenn es genau so schmecken würde. Ich würde es trotzdem essen, weißt du? Das sind gute Abschlussworte, Alter. Und daher komme ich jetzt zu einer guten Überleitung. Es gibt jetzt vegane Fischstäbchen. Jo, die sind geil. Hast du die schon gegessen? Diese Gemüsstäbchen, meinst du? Nee, die nicht, die sind auch lecker. Die sind krass. Nee, Chad meinte zu mir, es gibt vegane Fischstäbchen, die eins zu eins so schmecken sollen, wie, oder was heißt eins zu eins, aber die sehr gut schmecken sollen und in diese fischige Richtung, wie so diese plant-based Nuggets oder sowas, nur für Fischstäbchen, checkst du? Krass, check ich, ja. Und da sollen auch die von Iglo mega krass sein und ich finde es übelst geil, dass da überhaupt eine Alternative rausgekommen ist. Stark. Weil die werde ich auf jeden Fall testen. Ich überlege gerade fast, ob ich heute noch schnell zu dem Supermarkt fahre und die kaufe. Oder wirst du auch rückwirkend selbst vorbeikommen irgendwo. Heute ist Feiertag, aber... Ah, Tankstelle hat das nicht. Naja. Freunde, ich bin nicht abgekratzt, ich hoffe ihr auch nicht. Keine Ahnung, Alter, wenn ihr irgendwie Tipps habt für mich oder so, aber bitte nicht nerven, aber sonst schreibt super gerne die Kommentare. Wenn ihr Tipps habt, aber bitte nicht nerven. schreibt es nicht so, ja Dominik, das hätte ja auch klar sein können. Da hättest du auch mal vor drei Jahren. Weißt du, so denkt es euch, spart es euch oder so oder schreibt es Jim in Privatnachricht oder so. Also sonst sehen wir uns nächste Woche wieder, wieder im normalen Setting, hoffentlich. Und ja, bis dahin, lasst überall ein Like da, lasst ein Abo da und eine Bewertung. Bis dahin, Freunde. Peace out. Ey, ciao. Ciao, ciao.